hey ho und herzlich willkommen zu einem kleinen sage ich mal info video von mir das ist jetzt nicht wirklich was besonderes sondern einfach nur so eine minute dass ich mal sage ich hier ich habe neues kanal banner ich kann es ja vielleicht mal dann ganz einblenden wenn ich ja das hier sollte für euch anders sein ich weiß nicht warum der das bei mir nicht macht aber abbrechen ich kann euch ja mal meine fotos das hier wäre das das ist das jetzt normal das hier ich kann euch auch mal eben zeigen wie es eigentlich ja angezeigt werden sollte ja das sind so ein paar versuche hier so sollte das eigentlich normal aussehen warum warum es bei mir nicht so aussieht habe ich keine ahnung das weiß das weiß nur youtube hier ist das bild hier ist ein toller spruch den ich hier bei google gefunden habe hier in der mitte ein minecraft bild und hier auch ja das finde ich toll wow du guckst das auf dem fernseher gratulation von mir und auf auf dem handy sieht das eigentlich kaka aus kaka kaka ja also ich finde es ich finde es in ordnung dann kann ich es noch mal größer machen so hier sieht man alles das hier sieht auf jeden fall für mich anders aus als das oder das ist das hier ist fürs mobile ich weiß es nicht ich weiß es nicht auf jeden fall abbrechen so sieht das aus ihr habt ja auch mein neues profilbild dann gesehen wahrscheinlich und hier ich habe Thumbnails ich könnte mir könnte mir ja mal in die kommentare schreiben ich habe jedoch noch und ich habe jedoch noch das neueste video hingegen so getan nach ihr könnt mir ja mal in die kommentare schreiben was ihr was ihr davon haltet ja ich finde dieses deponia ist hier kacke aber ja ist mein erster versuch und dafür ist es glaube ich auch ganz gut geworden und da diese playlist nicht aktualisiert wurde werde ich mal werde ich mal live video manager werde ich mal live das machen so bearbeiten das neuste video erst mal auf videos ich hoffe das klappt alles so jetzt haltet ihr mich eben doppelt gut da ist kurz weg damit da war ein popup und video über url hinzufügen einfügen hinzufügen so jetzt seht ihr es hier fünf hier unten ist wieder dieser kack fertig so also ich wollte nur das hier ach Gott wie diese wie diese scheiße mich aufregt ich wollte nur das hier mal kurz gezeigt gezeigt haben und ja dann gehe ich nochmal auf den kanal drauf und übrigens 25 abonnenten dafür danke und nochmal ich weiß habe ich auch bei 18 gesagt ich weiß habe ich bei 15 gesagt ich weiß ich sag das immer ja jetzt sind die aktuell und hierfür auch nochmal das sind schon paar klicks finde ich für zwei monate das hier ja auch und das eigentlich auch was kommt denn danach das ja wow 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 93 also dann danke erstmal dafür danke falls ihr mir bis jetzt zugehört habt tut mir leid falls ihr hier die ganze zeit das hier da oben seht und ah das ist jetzt auch aktuell geworden ja dann würde ich sagen man hört sich und bis zum nächsten nein das klang scheiße und bis zum nächsten mal ich kann ja mal den trailer für abonnenten zeigen das ist der für nicht abonnenten und für abonnenten oh mein gott ähm dann würde ich sagen ich wollte stark und groß durch Spätzl mit SARS äh hier übrigens Spätzl richtig geschrieben das hier ist nicht das Lebensmittel und dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal und Tschüss